preponderenden Zwingen Nein, ach shit Wax, Europas freundlichster und bester Spieler Habe mir da unten gew lassen Das ist hielo, 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 hielo already. Nein! Nein, natürlich kommt jetzt ein unglaublich guter Spieler. Alles klar, Marihuana. Wundervoller Mensch. Nur das Beste. Leckere Kuchen. Wait, what, what, what? What? Oh, you got stepscourt? Nein! I have the bomb. No, it's in one area. One main, one two. I have the bomb. Links, links. Links, links. Yeah, sorry bro, man. Yeah, well, give me the money. No, he dropped from me. True story. Ah! Warum hast du denn die Chicken ist morgens? Noch eine bomb? Na, macht er schon. Ich glaub nicht. Ne, macht er schon. Nope! Oh Gott. Ich will ne eigene Serie haben übrigens, ne. Dadurch sucks, find ich schon. Nein, Moment. Ja, ich hab alle... Ne, 4 hab ich getroffen. Ja, aber richtig stark. Einer durch. Noch einer, noch einer, noch einer. Jawoll! Oh yeah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Lola, bist du ein Grill? Nein, er ist nicht. Ja, rvp. Hier Lola, fang die Bomb, bitte. Gib's! 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 Oh mein Gott! Nimm dich! Ich sag dir nicht, um die Bomb zu den Grillen! Es ist ein Grill! Es ist ein Grill! Es ist ein Grill! Es ist ein Grill! Es ist ein Grill, Grill, Grill! Oh fuck! Ey! Au! What the fuck! Ich hab kein Kit, ne? Nee, hab ich nicht. Fuck! Komm, 10 Sekunden, das geht! Das geht nicht, fuck! Das hätt... Das hätt nicht gereicht! Das hätt... Das hätt gereicht! Nee, ich bin mir nicht sicher! Nein, das hätt nicht gereicht! Nein, das hätt nicht gereicht! Du wärst jetzt fertig gewesen! Nein, ey! Wie schnell geht ihr denn für nicht 10 Sekunden vorbei? Ich hätt... Es hätt nicht gereicht! Ich bin mir sicher, dass das nicht gereicht hätte! Bei Bär auch... Sein Kai! Rieske! 1,5€ EVEN electric,uchen book! Du hast gesagt, der was ache! He fuck! Du hast gesagt, der hat. Deshalb hatte er ein Bild der Bär Billy. Ähhhhhhh... Es ist die russische Flagge? the... Das ist... Bär Billy! Das ist die polnische Flagge, oder? Das ist ein Bär! Ich bin so ungebildet. Boah, ist der für einen tiefen Text auf seinem Profil stehen. Don't ever try to judge me dude. You don't know what the fuck I've been through. Der scheint ein hartes Leben gehabt zu haben, ey. Der arme 12-jährige, der Stuma-Arrest gekriegt hat. Das ist ja heftig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das hat mir grad einfach so vorgestellt. Wie sie sich so föhnt. Und während das denn eine Entwicklung reinspricht. Oh, oh. 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 Was ist los, Mann? Wollen wir drüber reden, Dandos? Oh, oh Gott, stimmt. Oh, immerhin. Immerhin. Ja. Ja, das war richtig gut von mir, keine Ahnung, das war's, oder? Au! Schön, schön, schön. Oh. Ja. Okay, guter Anfang. Wo ist denn noch einer? Ich weiß noch nicht wo. Der haut auf jeden Fall nicht. Wow, wow, da haut den doch, fuck! Oh, er zieht gleich rüber, er zieht gleich rüber! Ja, wir haben ihn! Nice. Da hab ich ihm einfach durch die Smoke gewonnen klickt, ja? Ey, gewonnen klickt? Wer hat doch mal gesagt, er hilft zwei, wäre eine gute Idee, oder? Du! Oh! Oh! Hello! Hi! Hallo! Was war's? Jung, Alter! Nazi-Schwein! 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 Ja, okay, alles klar. Ich hasse diese Spielen. Ich hasse diese Spielen. Warum schreibt jetzt Girls? War's so kompliziert. Ja, aber als 12-Jähriger ist halt nicht einfach, ne? Er hatte eine feste Freundin, sie waren verliebt, kennen sich seit zwei Tagen. Aber dann musste er gezwungenermaßen wen anders heiraten, ne? Keine Wahl, Leute, keine Wahl. Sie wollte als Jung fahren, die Ehe, das ist was zu tun. Auf welches Foto der Vater drauf zeigt. Hey, warte auf, ich konnte dich helfen. Das ist klar. Hey, nur 5 gegen 1. May the force be with you. Die werden doch nicht alle kommen. Nein! Das würden sie doch niemals tun. Irgendwer ist schon da, ne? Der, glaub ich... Achso! Sorry, Sir! Sorry, Simke! Hinter der Box. Oh, ich hab hier doch gehittet. Hahahaha! 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 Danke, Dadosch! Was ist los, Lan? Oh, wer ist mit dem Projekt? Hahahaha! 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 Er hat einfach aufgegeben! Smoke-FF! Ja, war ein spannendes Match. Kann man nicht anders sagen. Ja, ne? Jo. Ja, ja. Sechs ist wieder richtig schlecht. Hahahaha! Oh, die Rang! Oh, was? Ah, Mann! Tiva Global! Hahahaha! Natürlich ist der schlechtste Globe. Ist doch vollkommen normal. Ist der auch schon Supreme? Oha! Oh, Miss Lemon! Was? D-Rank? Hahahaha! Ich bin heute ins L.E. gefahren. Ohhhh! Wisst ihr, wie... Ich hab echt die Zwischen. Ich hab wirklich sehr hart gekämpft. für meinen Igel. Und ich war so stolz. Ich hab hier Calls gemacht. Äh, ich fühl mich nicht schuldig. Hahahaha! Und jetzt geht ihr einfach so, ja? Ja, das machen wir immer. Hahahaha! 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 Meld dich, falls du doch mal D-Rank willst. Ich logge mal um. Hahahaha!